Wenn die Submission sitzt, dann ist der einzige Ausweg tappen. Das hat Lau gemacht, sonst wäre er wahrscheinlich irgendwann eingeschlafen jetzt. Und genau das ist MMA. Da kannst du eben Favorit sein, wie du willst. Am Ende wird entschieden, wie es ausgeht. Wir hören die offizielle Urteilsverkündung. Meine Damen und Herren, das Urteil des Kampfgerichtes Siegerwinner nach 1.01 in Runde 1. Sieger durch, Submission durch Guillotine, Schock aus Kroatien, Rano Nevoranovi. Und er hat mit vier Kämpfe in Folge gewonnen. Der fährt natürlich glücklich nach Hause, auch wenn man es ihm nicht so unbedingt ansieht gerade. Das Poker-Face ist immer noch auf der Kroate. Ja, und Lau doch schon eher sichtlich enttäuscht. Ja, selbstverständlich. Also ich meine, der ist mit der Zielsetzung hier heute angetreten, ein erfolgreiches Mittelgewichts-Debüt zu bestreiten. Irgendwann mal einen Titel zu gewinnen, einen Titel in Zweigebiets-Klasse zu holen. Das hat er natürlich erstmal einen mächtigen Dämpfer bekommen hier von Vlado Neferanović. Die Fans im kroatischen Fernsehen, die wird uns natürlich freuen. Ja, in Kroatien wird jetzt wahrscheinlich der ein oder andere gerade tanzend durchs Wohnzimmer laufen. Aber ich hoffe, Lau wird daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Er ist jung genug, um da eben noch an seinem Spiel zu arbeiten. Und dann sehen wir nochmal den Takedown. Den hätte er nicht unbedingt hinnehmen müssen. Macht das aber ganz schlau hier mit den Butterfly-Hooks. Versucht den Sweep. Aber der Kroate auch seinerseits schnell die Guillotine gegriffen. Und die war sehr, sehr tief. Wir sehen es nochmal aus der Perspektive hier. Also wirklich weit unterm Kinn. Und da kann man auch mal aus dieser ungewöhnlichen Position heraus so viel Druck aufbauen, dass auch ein Robert Lau abklopfen muss. Also für mich ein bisschen überraschend. Einmal wieder in Erinnerung daran, dass man dem MMA einfach nichts voraussehen kann. Und wir kommen direkt zum nächsten Kampf. Ein Duell im Weltergewicht zwischen einem Lokalmatador, Philipp Satruczynski und dem stets gefährlichen Puncher Christian Jungwirth aus Stuttgart. Auch diese beiden Kämpfer mussten natürlich am Freitag über die offizielle Waage. Satruczynski hier mit dem Zeichen für seine Heimatstadt, für München. Geht hier vor heimischer Kulisse natürlich ganz besonders motiviert in den Käfig. Auf der anderen Seite Christian Jungwirth, GMC-Veteran. Immer in actionlastigen Kämpfen. Ja, und so gewissermaßen ein süddeutsches Derby, ne? Stuttgart gegen München. Derbys haben hier immer einen ganz besonderen Reiz, besondere Energie. Und auf genau die freue ich mich. Meine Damen und Herren, unsere nächste Auseinandersetzung in einem GMC-Kampf im Weltergewicht. Wir bitten zu uns in den Käfig den Kämpfer in der blauen Ecke, Philipp Satruczynski. Sieben Kämpfe bestritten, vier davon gewonnen. Alle durch Knock-Out. Fahrt polnische Wurzeln, lebt und trainiert hier in München und kämpft bereits seit 2012. Bisher haben sich Siege und Niederlagen bei ihm stets abgewechselt. Zuletzt gab es eine Niederlage gegen Dustin Stolzfuß im Dezember letzten Jahres. Seit München in der ersten Runde bleibt er seiner bisherigen Linie treu. Müsste dann demzufolge heute ja ein Sieg anstehen. Ja, aber das ist diese MMA-Mathematik, von der ich gesprochen habe. Also, ist eigentlich ein Mittelgewicht. Wechselt hier für diesen Kampf herunter ins Weltergewicht von 84, also runter auf 77 Kilogramm. Hat sogar schon bis hoch ins Halbschwergewicht gekämpft. Dementsprechend hat er hier heute auch den größten Vorteil überragt. Seinen Gegner um 8 Zentimeter. Und das kann durchaus eine Rolle spielen, denn ich gehe mal schwer davon aus, dass beide Kämpfer hier es drauf anlegen werden, im Strand zu knallen, zu ballern, wie man so schön sagt. Ja, obwohl wir das häufiger sehen, wenn wir zwei Striker aufeinanderprallen sehen, dann entwickelt sich da häufig ein Match eher im Grappling. Obwohl wir natürlich als Fans uns freuen, wenn die beiden hier die Fäuste fliegen lassen. Hier, 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 hier. Sehr fokussiert hier, Sadwochinski. Die ganze Woche über schon die ernste Mine fokussiert. Und der hat einige Fans mitgebracht. Kämpfe vor heimischer Kulisse ist natürlich immer schön. Kann aber den Druck auch erhöhen, natürlich auf der anderen Seite, wenn dann plötzlich Freunde und Familie dazuschauen. Sein Gegner in der roten Ecke. Please come to the cage. Christian Jungwirr. So, wie geht es denn? So, wie geht es denn? So, wie geht es denn? Geht es dir? Christian Jungwirth aus Stuttgart. Wir sehen es hier an seiner Jacke. Die Postleitzahl der schwäbischen Hauptstadt 0711. Glühende Anhänger des VfB Stuttgart. 32 Jahre jung. 6 Profikämpfe bestritten. 5 davon gewonnen. 4 nach Punkten. Das ist eine sehr seltsame Bilanz. Christian Jungwirth ist einer, der nach vorne stürmt, wie ein Bilder um sich schlägt. Extrem hohen Schlag-Output hat. Dem aber eben genau deshalb hinten raus, der es auf die Luft ausgeht. Und der deshalb über die Zeit muss. So hat er auch seine einzige Niederlage eingesteckt. Bislang hat es meistens gereicht für den Sieg am Ende. Mal sehen, ob er daran gearbeitet hat. Und mal sehen, ob er hier heute vielleicht sogar einen vorzeitigen Sieg einfahren kann. Kämpft schon seit 2016. Hat internationale Erfahrungen. Hat in Indien gekämpft. Auch dort gewonnen. Also, absolut schwerer Gegner hier heute für den Lokalmantador. Philipp Satryczycki. Das ist einer der Kämpfe, auf die ich mich am meisten freue. Weil sie letztlich nicht wirklich einen Favoriten haben. Das heißt, beide bringen ihre Stärken mit. Beide brandgefährlich. Gute Athleten. Und genau das ist das, was diesen Sport so spannend macht für mich. Dass man eben von vornherein nicht sagen kann. Okay, ja, der wird es auf jeden Fall machen. Oder der wird es auf jeden Fall machen. Das Jungbirt ist im Cage. Und damit ist der Tisch gedeckt. Und ich freue mich schon sehr, sehr auf die nächste Mahlzeit. Wenn wir hier ein Phrasenschwein hätten, lieber Andreas Kanyutakis. Dann wärst du heute armer Mann. Und wir sind noch nicht immer bei den Main Events. Der Fighter in der blauen Ecke. Der re brästellt das Pound vor Pound-Gym. Seine Bilanz. Vier Siege. Drei Niederlande. Aus München. Philipp Satryczycki! Christian Jung! Sein gegen die Beugen der roten Ecke. Er feierte für Kongs Silver. Deine Bilanz, vier Siege, eine Niederlage. Hier ist aus Stuttgart Baden-Württemberg Christian Jung! Jetzt haben wir das erste Mal auch das Gefühl des Hexenkessels, dass diese Halle auch verspricht, wenn man hier reinkommt. Der Audi-Dome in München. Und die Intensität dieses Kampfes. Kann man sich kaum vorstellen, dass sie noch zu überwüten ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Abend sich hinten rauskommt, was noch an Intensität steigern wird. Ja, davon ist auszugehen. Drei Titelkämpfer haben wir heute. Absolute Kracherpaarungen. Und jetzt erst mal das Süddeutschland-Derby. Stuttgart gegen München. Stuttgart in Person von Christian Jung! Hier in den schwarzen, eng anliegenden Shorts. Mit den vielen Tätowierungen. Und auf der anderen Seite Philipp Satryczynski, der Vertreter der Bayerischen Hauptstadt. Mit weniger Tätowieren und auch schwarzen Shorts. Dafür mehr Haare. Hier in der Mitte. Dieser 8 cm Größenvorteil von Satryczynski, die sieht man jetzt hier auf den ersten Blick nicht. Ich weiß nicht, ob da derjenige, der das gemessen hat, vielleicht schon eine Mast zu viel getrunken hat. Nein, der ist schon ein gutes Stück größer. Das hat man schon gesehen, auch beim Wiegen und so. Macht sich einfach nur ein bisschen kleiner. Ist da viel auf der Außenbahn unterwegs. Der Münchner. Jetzt geht er mal nach vorne. Wollen wir sehen, ob wir jetzt hier mal einen Kampf erleben, der vielleicht auch über die erste Runde hinausgeht. Na ja, doch ist lange ab, der schnellen Finish ist. Aber da wackelt Satryczynski schon. Dieser rechte Haken, der hat gesessen von Jungwirth. Und ich glaube, der hat gar nicht mitbekommen, wie angeschlagen sein Gegner eigentlich war. Das spricht auch für die Fitness von Satryczynski, dass er sich da sofort wieder gefangen hat. Das war's. Nach so einer Bombe erholt man sich nicht. Das Ding hat eingeschlagen. Und derselbe Treffer wie beim ersten Mal. Wow. Kurze Rechte an der Deckung vorbei. Und was für eine Kraft Jungwirth da generieren kann. Auf diesem kurzen Weg. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und eigentlich war schon auf dem Weg klar, dass der Tropf für ihn gelutscht ist. Ich freue mich auf die Wiederholung. Denn das ging so schnell. Und du hast es angesprochen, Marc. Es war zweimal derselbe Schlag, dieselbe Technik, die da zum Erfolg führte für Christian Jungwirth. Hier sehen wir es. Einmal gefakt und da die Rechte drüber. Und da hat Satryczynski sofort gewackelt. Ist zu Boden gegangen. Ja, und auch keine Sekunde zu früh abgebrochen hier. Die Linke einfach zu tief. Und das hat Jungwirth gesehen. Satryczynski konnte seinen Größenvorteil nicht ausspielen. War da ein bisschen zu nah dran. Die Hand zu weit oben. Das ist auch ein bisschen der Fluch der größeren Kämpfer, wenn man zu groß ist für seine Gewichtsklasse. Dass man sich eben daran gewöhnt, dass die Kleinen einen von außen nicht treffen können. Und dann passiert es eben doch. Wir machen es erst mal offiziell. Meine Damen und Herren. Ja genau, wir machen es offiziell. Hier ist das Urteil des Kampfgerichts. Sieger nach 1,21 in Runde 1 durch TKO. Aus Stuttgart. Christian Jungwirth. Sieger des Kampfes, Christian Jungwirth. Christian, Glückwunsch erstmal zu einem dominanten, spektakulären Sieg auch. Und ich saß gerade unten mit meinem Kommentatorenkollegen Andreas, keine Tage, dass ich sage, der Christian Jungwirth ist einer der Stürmer, erstaunlicherweise oft über die Zeit. Heute hat es mit dem Knockout geklappt. Hast du was geändert vorher? Eigentlich nicht. Von der Gameweise einfach immer weiter Vollgas. Ob über die Zeit oder vorher beendet, spielt keine Rolle. Hauptsache einen schönen Kampf abgeliefert für die Zuschauer. Und das ist am Ende, was auch zählt. Das hast du auf jeden Fall gemacht. Jetzt hatten wir hier heute ein süddeutsches Derby. Du vertrittst hier mit stolzer Brust Stuttgart. Hast hier eine Menge Fans auch mitgebracht. Da hören wir es. Und hast dich hier in die Höhle des Löwen heute gewagt. Hast einen Lokalmatador hier aus München gekämpft. Hat das eine Rolle gespielt für dich vorher im Vorfeld des Kampfes? Ist den Druck vielleicht erhöht? Nö, man darf sich nicht zu viel Gedanken machen vor dem Kampf. Und ja, mentale Stärke. Ja, die ist natürlich wichtig. Das ist die halbe Miete hier in so einem Sport wie dem MMA-Sport. Jetzt ist es sein zweiter Auftritt hier bei GMC gewesen. Der zweite beeindruckende Sieg. Wie geht's weiter? Noch steht nichts an. Aber ich denke mal, da wird sich demnächst was tun. Also das glaube ich nach so einem Sieg aber auch. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit nochmal genommen hast. Großen Applaus nochmal für Christian Jungwirth. Ja, da hoffen wir doch, dass sich was tun wird, denn den jungen Mann sehen wir sehr sehr gerne wieder. Denn er ist ein absoluter Action-Garant. Das hat er schon richtig eingeordnet hier. Vollgas, das ist das Motto. Und ein schönes Motto aus Zuschauersicht und auch als Kommentatoren-Sicht. Da wird es nicht allzu langweilig. Nee, bei Christian Jungwirth auf jeden Fall nicht. Kommt auf jeden Fall um zu kämpfen. Hier nochmal ein paar Highlights. Hier sehen wir diese erste Rechte. Nee, das war schon die zweite, die den Kampf beendet hat. Ja, das ist ganz klar. Der geht da zu Boden. Der kann sich nicht mehr verteidigen. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Ja, der war zwar nur angeschlagen, aber dann doch. Letztendlich kam die Nachwirkung. Und mit den kurzen Handschuhen, die verzeihen einfach auch nicht. Da ist ein Fehler ausreichend. So ist es. Und ich glaube auch, dass er von diesem Ersttreffer noch ein bisschen angerüttelt auch war. Ja, ja. Den haben wir jetzt in der Slow-Mo noch mal gesehen. Also, dominanter Sieg für Christian Jungwirth. Den sehen wir hoffentlich bald wieder. Und wir kommen zu einem Duell im Federgewicht. Dem letzten Kampf, bevor wir zu den 3-Tiefelfights kommen. Und das hier ist ein Kampf. Da ist richtig Feuer drin. Die beiden haben sich im Vorfeld nichts Positives zu sagen gehabt. Da gab es schon vorwiegende kleine Schubserei, sodass man die beiden dann Beinwiegen extra getrennt hat. Sodass sie sich gar nicht mehr über den Weg laufen. Oskar Nabe aus Portugal. Leco trainiert inzwischen in München. Und Mohamed Rabelsi, ebenfalls in München, hier geboren, hier aufgewachsen. Verteidigt hier sein Revier. Gerade hatten wir ein süddeutsches Derby. Das hier, das wird ein Münchner Derby. Der ist fürs Krieg gekommen. Ich bin schon längst im Krieg drin. Mohamed Rabelsi! Ich möchte einfach da gehen, sicher, dass ich diesen M********* und das ist es. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 2. Es ist 66 kg und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich sage, das ist mehr als die Münchner Stadtmeisterschaft. Meine Damen und Herren, wir bitten uns in den GMC-H. Oscar Night! Musik Also, Oscar Nave, geboren in Portugal, lebt und trainiert in München, 25 Jahre jung ist dieser junge Mann und hat bereits 25 Profikämpfe bestritten. Also, unglaublich erfahren für sein Alter. Es ist ein erster Kampf hier in Deutschland, aber ich habe mich vor einigen Wochen erst mit ihm unterhalten. Er hat gesagt, ich will hier in Deutschland ein bisschen aufräumen, ich will mir hier einen Namen machen, ich will mich hier etablieren. Da hat er sich hier allerdings keine einfache Aufgabe heute ausgesucht mit Mohamed Krabelsi, der ebenfalls aus München kommt. Also Münchner Derby heute hier. Die beiden, die haben sich über die sozialen Medien richtig angefeindet. Es wurde ein bisschen handgreiflich, auch kurz vor dem Wiegen, da mussten beide getrennt werden. Also, jede Menge Hitzigkeit hier im Spiel heute bei diesen beiden Federgewichten. Animositäten, könnte man auch sagen. Ja, und was so ein bisschen außergewöhnlich ist, normalerweise haben wir das ja beim offiziellen Wiegen, beim Show Wiegen, wie man auch sagt, dass die Gegner vielleicht mal ein bisschen hitziger werden. Aber hier war es tatsächlich beim Vorwiegen, bei dem, wo das eigentliche Gewicht gemessen wird. Also gar nicht wirklich, um Show zu machen, sondern die beiden mögen sich tatsächlich nicht. Nicht nur für die Kameras. Da waren keine Kameras vor Ort, keine Fans vor Ort, keine Zeitungen vor Ort. Und trotzdem wollten sie es da zumindest krachen lassen. Also, die beiden mögen sich nicht. Das sind immer gute Voraussetzungen für einen Kampf. Wenn dann noch dazu kommt, dass beide sehr, sehr gute Sportler, sehr, sehr gute Kämpfer sind, dann hat man eigentlich alles, was man braucht, um eine richtig schöne Schlacht zu ergeben. Das haben wir heute hier. Zwölf Kämpfe konnte Oskar Narwe in seiner Karriere bislang gewinnen. Ein fünfter von durch Knock-Out, einen durch Sermission. Er ist acht Zentimeter kleiner als sein Gegner Mohamed Trabelsi. Aber er ist der deutlich erfahrenere Mann. Er kämpft bereits seit 2008, also seit elf Jahren. Und da war sein Gegner Mohamed Trabelsi gerade mal selbst elf Jahre alt. So viel zum Altersunterschied. Aber Erfahrung ist eben nicht alles. Und dass Mohamed Trabelsi auch mit der fahrenden Kämpfer umgehen kann, das hat er hier schon mehrfach unter Beweis gestellt. Hat ja in seinem letzten Kampf hier um den GMC-Titel im Leichtgewicht gekämpft. Gegen Mohamed. Gegen Gabitz. Der Mann in der anderen Ecke des Cages in der roten Ecke. Please come to the cage. Mohamed Salo Trabelsi. Mohamed Salo Trabelsi ist eines der größten Talente der Mannschaft 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 der Mannschaft. Der Mannschaft 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 der Mann 2015 hat sich für dieses Duell in den USA vorbereitet, dem Team Alpha Male, der ersten Adresse in den Vereinigten Staaten für die leichteren Gewichtsklassen. Die UFC-Champions oder ehemalige UFC-Champions wie Cody Garbrandt trainieren dort, Uriah Faber, absolute Legende des Wettergewinns. Also beste Voraussetzungen, um sich auf den Kampf auszubereiten. Das auf jeden Fall. Er war vorher ja schon ein brandgefährlicher Typ, hat da einfach nochmal ein bisschen was gesucht, um sein Repertoire zu erweitern, seine Toolbox besser auszustatten. Und das ist durchaus verängstigend, wenn man das so aus der Perspektive seiner Mitstreiter in der Gewichtsklasse betrachtet. Denn Trabelsi, brandgefährlicher Kämpfer, immer schon gewesen. Und hier ist sowas von Feuer drin. Man kann die Luft schneiden in der Halle. Beide wollen hier natürlich in ihrer Stadt gewinnen. Und du hast es gesagt, Oskar Nave, der will hier einschlagen wie eine Bombe in der Szene. Und da hat er sich genau das richtige Matchup ausgesucht, hat er sich genau den richtigen Namen ausgesucht. Denn Mohamed Sadok Trabelski ist zu schlagen, da braucht man gar nicht mehr viel, dann ist man schon eingeschlagen. Der Fighter in der blauen Ecke. Er repräsentiert den Munich Five Club. Seine Bilanz zwölf Siege, 13 Mieter. Er lebt in München, aber sein Geburtsland ist Portugal. Meine Damen und Herren, hier ist Oskar Nave! Sein Gegenüber in der roten Ecke repräsentiert Munich M.M.A. Seine Bilanz, acht Siege bei drei Niederlagen. Auch er ist ein altes, bekanntes Gesicht im GMC-Kage. Bitte willkommen, Mohamed Momo Sadok Trabelski! Deusin Sehr, sehr clever. Blendet da alles um ihn herum aus. Wirkt sehr, sehr gelassen. Auch sehr, sehr locker, wie er da in den Käfig gestiegen ist. Nabel provoziert da noch ein bisschen. Richtet sich da noch mal demonstrativ den Tiefschutz. Kann natürlich auch ein bisschen anders interpretiert werden, diese Handbewegung. Und da geht's los. Und Travesi stirbt nach vorn. Wird aber zu Boden gebracht hier von Nabel. Wilde Schwinger am Käfig. Also Abtastphase haben beide hier heute einfach mal weggelassen. Ja, die hatten ja schon beim Wiegen die Abtastphase. Travesi jetzt auf der Distanz, die er braucht. Spinning-Back-Kick jetzt, Woffen. Also Nabel, der ist gefährlich hier. Gefährlich im Stand, der Take-Down sah auch gut aus. Not ist hier seine Kicks als kleiner Roman natürlich eine gute Idee. Und Travesi macht das gut, hat immer dieses Head-Movement. Sucht sich da seinen Punkt, an dem er angreifen kann. Trägt eine Hose vom Phuketop-Team. Das heißt, er war auch in Thailand trainieren wegen seinem Social-Media-Kanälen-Volk. Der sieht das immer. Man kann fast ein bisschen neidisch werden. Der hat auf jeden Fall mehr Sonne abbekommen, als ich im letzten Jahr. Take-Down-Versuch hat er gut verteidigt von Travesi. Sehr, sehr gut gemacht. Von Travesi, der da Nabel fast wieder ein bisschen leichtfertig vom Haken lässt, finde ich. Dieser ganze Zwist zwischen diesen beiden Kämpfern, der ging eigentlich auch so ein bisschen von Travesi aus. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Interview, da sagt er, naja, ich sehe das eigentlich nicht ein, dass der Nabe hier sich mit meinem Namen oder auf meinem Rücken selbst einen Namen machen will. Dem werde ich es schon zeigen, wer hier in München das Sagen hat. Und das hat Nabe ihm offensichtlich sehr, sehr krumm genommen. Hat ihm nicht gefallen. Nee, und er wirkt jetzt auch nicht wie einer, der eine besonders lange Zündschnur hat, der Kollege Oskar Nabel. Er war da relativ schnell auf 180. Das ist nicht unbedingt immer der beste Berater vor so einem Kampf, wenn man so auf 180 ist, wenn man so wütend ist. Das kann ganz gut sein in der Trainingsphase. Sozusagen, ich bin eigentlich heute müde und an anderen Tagen würde man vielleicht im Bett liegen bleiben oder auf der Couch. Aber wenn man da weiß, da ist einer, den ich abgrundtief hasse, da steht man dann vielleicht doch nochmal auf und läuft die Extra-Runde. Jetzt hat sich hier Travesi die Side-Comp-Show gesichert. Nabe macht oben zu am Kopf. Ungewöhnlich, aber natürlich im MMA jetzt erstmal wichtig, dass Travesi nicht pounden kann. Nabe am Boden auch versiert. Aber hier ein schöner Ellbogen von Travesi. Der lässt hier wirklich nicht sich anmerken, dass er irgendwie emotional involviert ist in diesem Kampf. Nein, geht hier sehr, sehr locker zu Werke. Nabe muss jetzt natürlich versuchen, irgendwie wieder hochzukommen. Wenn er hier auf dem Rücken liegt, wird er nicht besonders viel reißen können. Ja, nochmal zum Verständnis. Schöne Linke durchgesteckt. Nabe darf hier zum Kopf treten, weil Travesi steht. Andersrum ist das nicht erlaubt. Also ein am Boden liegender Gegner darf nicht getreten werden zum Kopf, höchstens zu den Beinen oder zum Körper. Aber darf geschlagen werden zum Kopf. Und das hat Travesi hier gerade sehr, sehr gut getan. Macht auch einen guten Job damit, die Beine zu kontrollieren von Oskar Nabe. Daran vorbei zu passieren. Ist jetzt hier in der Nord-Süd-Position. So nennt sich diese Stellung. Wartet auf seinen Moment. Passiert dann. Nabe muss da unten raus explodieren. Ja, so ein am Boden liegender, auf dem Rücken liegender Kämpfer, keinesfalls wehrlos. Nichtsdestotrotz kann Nabe aus dieser Position hier sehr, sehr wenig agieren, außer versuchen, seine Position zu verbessern. Nord-Süd-Position, sehr starke Kontrollposition. Bisschen Glück hier für Nabe, dass Knie zum Kopf nicht erlaubt sind bei GMC. Immer wieder steht Travelle wieder auf. Das ist spannend, dass er das bevorzugt vor einem klassischen Guard oder Half-Guard, der lieber im Stehen agiert. Ja, harter Kick zum Bein, aber ich glaube, da hat er sich selbst ein bisschen wehgetan. Also Nabe macht auch keinen guten Job dann wieder aufzustellen. Oh, und der war ganz schön gefährlich hier, dieser Upkick. Das war eben ein solcher Tritt von unten, der da fast am Kinn des gewürtigen Münchnes gelandet ist. So, und jetzt lässt Matte Brösen hier aufstehen. Das Publikum hier in München quittiert es mit Applaus. Ja, ich bin kein großer Fan davon, ist ja was passiert. Nabe kommt hier mal mit einem linken Haken durch. Schöne Treffer von Nabe. Zwei-, dreimal durchgekommen jetzt hier. Aber sie muss da aufpassen, sich ein bisschen mehr bewegen. Später inschlag, das ist ein schöner Aufwärtshaken. Er hat hier gefakt mit dem Kopf nach rechts und dann kam er mit dem Aufwärtshaken. Schön gemacht. Trabelsi von vorne bis hinten hier dominiert er die erste Runde. Will hier am Ende nochmal den Takedown holen. Brauche aber nicht zwangsläufig, um die Runde zu gehen. Da gab es nochmal einen netten Blick. Wir haben das hier aus unserer Position vom Kommentatorenpult perfekt gesehen. Auf dem Weg nach draußen haben wir Trabelsi das Feuer in den Augen angesehen. Also Respekt an ihn nochmal, dass er das hier zurückhalten kann. Und nicht mit Wut kämpft. Hier war dieser erste Takedown. Trabelsi aber sofort wieder oben. Wie ein Flummi. Und von da aus war dann eigentlich der Rest der Runde Trabelsi-Time. Und das ist der Klassiker gewesen. Hier diese Abkicks, die waren gefährlich. Aber ganz klar, Trabelsi ist derjenige, der die Punkte gemacht hat. Ja, war wichtig, dass er sich zum Schluss auf diesen Takedown noch geholt hat. Er hat natürlich den Großteil der Runde kontrolliert mit Nava auf dem Rücken. Aber Nava hat eine gute Treffer zu beginnen. Und auch zu Ende des Kampfes. Also ich glaube, dieser Takedown war nochmal wichtig für Trabelsi, um sich diese Runde zu sichern auf den Zetteln der Punktrichter. Und wir kommen zum zweiten Durchgang hier, wie wir dank dieser jungen Dame hier uns schwer erkennen können. Ja, für alle, denen das Zählen schwerfällt, ist immer noch so ein kleiner Gedächtnis-Auffrischer. Aber Trabelsi hatte zwar im Stand jetzt nicht unbedingt die besseren Treffer, da bin ich bei dir, aber er hat doch im Verhältnis sehr viel mehr getroffen am Boden beim Ground and Pound. Da war schon einiges an auch Wirkungstreffern dabei. Round two. So, zweite Runde. Trabelsi stürmt jetzt nicht nach vorne. Geht nach vorne. Und das gefällt mir doch schon besser. Ja, ich glaube, zweimal kann man so eine Aktion auch nicht bringen. Da ist der Überraschungseffekt dann weg. Nava versucht wirklich mit jedem Schlag, mit jeder Aktion einen Knockout hervorzurufen. Genau der gegenteilige Stil sozusagen von Trabelsi. Der da eher Schritt für Schritt chirurgisch seine Schläge platziert. Ja, und der hier auch immer wieder die Auslage wechselt. Also jetzt haben wir ihn wieder in der Linksauslage, hat zwischendurch sich aber auch immer mal wieder an der Rechtsauslage versucht. Taktiert, fintiert hier auch sehr, sehr viel. Hat Nava jetzt hier gestellt am Cage. Ja, attackiert auf verschiedenen Ebenen. Geht auch mal zum Körper. Bleibt schwer ausrechenbar. Und das funktioniert ganz gut hier. Und diese linke Führhand, die funktioniert gut für ihn. Die sollte er weiter etablieren. So, dieser linke Jab, der ist hier für mich gerade das Zünglein an der Waage. Damit macht sich Trabelsi den Abstand, den er braucht, verschafft er sich Respekt. Ja, und wer sich fragt, was der Trabelsi da für merkwürdige runde Male auf dem Rücken hat, das ist tatsächlich noch Überbleibsel einer Regenerationstechnik der traditionellen fernöstlichen Medizin, nämlich des Schröpfens, die sich immer größerer Beliebtheit auch im Kampfsport erfreut. Ich glaube, der erste, der das im Sport so wirklich bekannt gemacht hat, war Michael Phelps, der Olympia-Schwimmer. Inzwischen sieht man es bei vielen Kämpfern auch. Soll die Regeneration unterstützen. So, Trabelsi jetzt immer in der klassischen Guard. Mal gespannt, wie er das hier spielen wird. Nava hat nicht wirklich große Anstalten gemacht in der ersten Runde, um hier auch aufzustehen. Könnt ihr jetzt hier versuchen, seine Füße in die Hüfte von Trabelsi zu stemmen. Ihn wegzudrücken. Ja, aus dieser Position hat er zumindest mehr Techniken zur Verfügung als in der letzten Runde. Ja, sehr viel mehr. Aus der Guard gibt es viele Möglichkeiten, das Ammission vorzubereiten und sogar anzubringen. Also Nava jetzt vom Rücken aus definitiv gefährlicher als noch in der letzten Runde, wo Trabelsi dann stand. Auch wenn es da die Upkicks gab. Scheint ja auch schon den rechten Arm von Trabelsi zu isolieren. Zumindest sieht es so aus, als ob er da versucht, den zu sperren. Da vielleicht zu einem Armstreckhebel gehen will. Aber Trabelsi sieht das natürlich kommen. Steht da auf, zieht den Arm auch raus. Landet noch ein, zwei Treffer. Und meiner Meinung nach muss er hier gar nicht unbedingt bleiben in der Situation. Könnte der Nava auch aufstehen lassen. Auch wenn das wohl Teil seines Gameplans zu sein scheint. Kontrabelsi hier. Ah, da macht er das. Und jetzt muss er hier weiter jabben. Oh, fängt sich da aber in der Aufmerksamkeit von Nava. Feuer dabei sofort zurück. Und das sind die Jabs, die funktionieren. Ja, schönes Distanzgefühl deshalb auch. Und der Nava geht zu Boden. Schickt Nava hier mit einer Führhand zu Boden. Lass ihn hoch! Lass ihn hoch! Und da rufen sie aus der Ecke. Lass ihn hoch! Denn der ist angeschlagen, Nava. Da kann er jetzt nachsetzen hier. Kann er den Sack hier zumachen Ende der zweiten Runde. Eine gute Minute hat er noch auf der Uhr. High-Kick-Versuch. Nava wieder mit dem Rücken am Cage. Versuch zum Take-Down zu gehen. Wird zu Boden gebracht hier. Großer Moment. Das war wichtig für Nava. Ganz, ganz wichtig. Der ist hier, glaube ich, im Autopilot-Modus. Jetzt sehen wir jetzt Rabelsi mal vom Rückenhaus arbeiten. Dreht sich hier ein. Also sah es mal so aus, als würde er hier auf den Arm gehen. Soll es erst mal in der klassischen Guard. Jetzt hier ein Triangle-Versuch. Nava kämpft sich frei. Oh, schöne Rechte da reingesteckt hier von Nava. Wilder Schwinger. Das hätte Trabelsi hier fast genutzt, um aufzustehen. Nava jetzt hier in der Afgad. Pint Trabelsi da in den Käfig. Was für ein Fight hier, Andreas. Der Held, was er versprochen hat, auf jeden Fall. An Intensität ist er kaum zu überbieten. Nava war angeschlagen jetzt hier in dieser Runde. Aber man merkt es ihm nicht wirklich an. Trabelsi kämpft hier weiter. Trabelsi das erste Mal in diesem Kampf. In der Unterlage gewesen. Trotzdem gute Runde. Ja, ja, Trabelsi zum Schluss in arger Bedrängnis. Aber das dürft man nicht vergessen. Der hatte einfach richtige Bomben gelandet. Und Nava zu Boden geschickt. Das werden wir jetzt gleich auch noch mal sehen. Und du sagst es richtig, mit einem Jeff sogar zu Boden geschickt. Ja, hier war der Take-Down aus dem Anfang der Runde. Ein kleiner Überfall hier von Nava. Und die Kicks haben nicht so richtig funktioniert für ihn. Aber der Jeff hat funktioniert für Trabelsi. Da kam auch aus der Ecke das Kommando. Lass ihn aufstehen. Trabelsi hat das dann auch gemacht. Im Stand wird er immer besser hier. Findet seinen Rhythmus, findet seine Distanz, sein Timing. Genau, du hast es richtig gesagt. Er nutzt die Tür halt viel. Dadurch mimt er natürlich Maß. Hat das genau die richtige Distanz auch immer, um nicht getroffen zu werden, aber selbst zu treffen. Also macht er sehr, sehr gut hier. Man merkt ihm diese Abgeklärtheit an, die sein vieles Training hier auch mitgebracht hat, seine Erfahrungen mitgebracht hat. Obwohl er den auf dem Papier erfahreneren Mann vor sich hat. Ja, und der bleibt auch gefährlich. Wir haben das jetzt gesehen, Ende der Runde. Oskar Nave, der kam noch mal mit diesem Takedown aus Verzweiflung heraus. Der ist geglückt. Und dann konnte Trabelsi da noch mal schön festpinnen am Käfig. Also mit dem ist auf jeden Fall auch noch in der dritten Runde hier zu rechnen. Trabelsi hat eben gesagt, ihm wurde die Faust entgegengestreckt. Und dann hat er gesagt, nee, nee, machen wir nicht. Wir geben uns jetzt hier nicht die Hände. Stattdessen gab es einen Tieftritt. Da wollen wir jetzt mal keine Absicht unterstellen. Nein, er hat auch direkt abgewunken. Er hat gesagt, ja, tut mir leid. Ja, jetzt hat Nave hier fünf Minuten Zeit maximal, sich zu erholen von diesem Tieftritt. In der Regel braucht man die nicht. Ja, hoffentlich wird das jetzt hier kein Faktor werden in dem Kampf. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass hier Nave sozusagen diesen Hinterausgang nimmt. Nein, glaube ich auch nicht. Der will hier so schnell wie möglich weitermachen. Und Trabelsi nutzt den Moment noch mal ein bisschen. Um das Publikum anzuheizen. Wir werfen mal einen Blick drauf. Ja. Oh ja. Hat schon getroffen. Na ja, man könnte auch Nave jetzt hier unterstellen, dass er noch mal eine Verschnaufpause braucht. Er hat nämlich ganz schön heftig geatmet hier in der Pause und zu Beginn der dritten Runde. Aber vielleicht sehen wir es ja nachher noch mal aus einem anderen Kamerawinkel. Das sei jetzt auf jeden Fall nicht allzu wild aus. Aber oftmals sind es ja diese Streifschüsse da an den Kronjuwelen, die ganz besonders stark wehtun. Nave jetzt hier wieder auf dem Boden. Möchte Trabelsi hier zu sich in die Garten hoffen. Aber der sagt, nicht mit mir. Hören wir zu, die Leute puten, komm hoch hier. Und genau das ist eben MMA-Taktik. Leute, die den Sport nicht kennen, die wundern sich, warum will der sich denn freiwillig auf dem Boden legen? Ja, wäre nicht der erste Kämpfer, der aus dieser Position einen Kampf beendet. Durch den Aufgabegriff. Oh, schöne Recki jetzt von Trabelsi. Nave muss raus da, der muss weg vom Käfig. Darf sich da nicht stellen lassen. Die langen Hände funktionieren für Trabelsi. Oh, spinning backface. Nave drunter durchgetaucht. Ja, gut gemacht. Und das war, glaube ich, auch Glück für ihn. Denn das Ding, dass er so aussetzt ein bisschen Pfund dahinter gehabt. Ja, das sind der Nachteil an solchen Techniken. Wenn sie nicht treffen, dann schießt du eben so da, wie er hier. Jetzt mit runtergelassener Hose, sprichwörtlich. Und die geraden Hände von Trabelsi funktionieren weiter. Nave macht das aber geschickt. Greift immer wieder mit dem Takedown an. Versucht, den Bodenkampf zu forcieren. Gut verteidigt der Takedown. Trabelsi hat den Arm von Nave. Hat den linken Arm isoliert. Armeitet am Armstreckehebel. Ja, ist auch ein Kimura möglich aus der Position. Wenn er hier übersteigt über den Kopf. Und das tut er hier auch. Ja, aber Nave macht das Richtige. Versucht, seinen Ellenbogen auf die Matte zu bekommen. Jetzt hat er seinen Bodenkampf. Ja, Trabelsi hat den Arm hier auch losgelassen. Wollte da nicht zu viel Energie zerschwenden. Gut verteidigt auf jeden Fall diesen Takedown. Er hat eine Menge mitgenommen aus dem Team. Er hat von Nave, die ja fast durch die Bank weg. Sehr, sehr starke Ringer auch sind dort. Eine gute Neon-Belly-Position hier. Friot Trabelsi. Versucht wieder, den Arm zu isolieren. Könnte da auch ein bisschen schlagen. Sich kurz aufrichten. Das macht da noch mal vielleicht die eine oder andere Lücke, die man nutzen kann. Er greift da um den Hals. Front-Head-Lock-Position hier. Das erlaubt ist, Nave aufzustehen. Aber wir sehen nicht, wie tief er da unter dem Kinn ist. Wahrscheinlich gar nicht, Trabelsi. Sieht jedenfalls aus der Position so aus. Die Halle schreit hier lauthalsknie. Das darf er auch. Das ist erlaubt. Attackiert hier. Oh, da ist das Knie. Ich denke auch, das war es wohl für Oskar Nabe. Trabelsi versucht, ihm den Sack zuzumachen. Geht Marco Brösen dazwischen. Ich denke, er müsste jetzt demnächst dazwischen gehen. Er weiß natürlich nicht. Der Oskar Nabe, der ist zäher und noch verteidigt er sich hier. Er versucht zurückzuschlagen. Muss aber einige Schläge nehmen. Gut eine Minute noch auf der Uhr. Hier ist die Verwarnung von Marco Brösen. Er muss sich aktiver verteidigen. Sonst wird dieser Kampf abgebrochen. Und Trabelsi, der powert sich natürlich auch aus hier mit dieser Schlagserie. Muss jetzt erst mal durchschnaufen. Kann da nicht weiter hämmern. Denn irgendwann ist die Energie weg. Und es sind noch über eine halbe Minute zu kämpfen. Das kann sehr, sehr lang werden. Es kann viel Zeit sein. Vor allen Dingen, wenn man sich gerade ausgepanscht hat. Aber 30 Sekunden und die Zeit läuft gegen Oskar Nabe. Und für Mohamed Trabelsi, so viel ist schon mal klar. Trabelsi trotzdem über den Kampf hinweg. Das hat bislang für mich ganz klar gezeigt, dass er noch mindestens eine Niveaustufe über Nabe steht. Ja, technisch hervorragend alles gemacht. Das kennt man von ihm. Er hat es ganz gut geschafft, Nabe zu neutralisieren. Nicht allzu viel Schaden genommen. Und im Prinzip hat es Nabe auch nur der Geduld von Marco Brösen zu verdanken, dass das hier nicht ein vorzeitiger Sieg für Mohamed Trabelsi geworden ist. Da sind schon ein paar andere Referees vorher abgebrochen. Ja, aber am Ende sieht man es ja. Nabe hier noch im Kampf hat sich da tatsächlich noch intelligent verteidigt. Das ist ja letztlich das Kriterium. Bricht man einen Kampf ab oder nicht, verteidigt sich ein Kämpfer aus der Rücklage noch intelligent. Das ist der offizielle Term. Dann wird die abgebrochen. Und da gibt es noch ein paar nette Worte mit auf dem Weg von Trabelsi. Ja, also die werden auch heute keine Freunde mehr, die beiden. Da würde ich mir jetzt ein paar Ratsch. Wünschen die. Also da haben drei Unfall nicht ausgereicht, um die Animosität zu klären. Das ist ein paar. Hier sehen wir also die langen Hände von Trabelsi, die hinten raus für ihn das Mittel der Wahl waren. Und dann dieses eingesprungene Knie. Und da kam noch eins hinterher. Und dann ging es Richtung Boden für Nabe. Der hat da seinen Mundschutz ausgespuckt. Und dann diese Blutanschläge. Nabe aber immer noch so halb zurückgeschlagen. Deswegen hat Marco Brösen weiterlaufen lassen. Wie gesagt, der ein oder andere Referee hatte da vielleicht schon mal abgebrochen. Aber Brösen war natürlich klar, dass das hier ein Kampf ist, bei dem viel auf dem Spiel stand auch für die beiden Athleten. Deswegen hat er da noch die ein oder andere Chancen mehr gegeben. Vielleicht. Wir hören uns erstmal die offizielle Urteilsverkündung an. Meine Damen und Herren, willkommen zum offiziellen Urteil. Das ist der große Sport. Also hier doch nochmal ein paar sportlich faire Szenen. Genau das wünschen wir uns. Und jetzt die offizielle Verkündung des Urteils. Okay, und hier das offizielle Urteils. Einstimmiger Punktsieger. We have an unanimous decision. Sieger. Der Fighter von Munich MMA. Mohammed Momo Sanok Trabesi. Ja, geht für mich in Ordnung. Die Punktentscheidung. Mein Kollege Marc Bergmann spricht einmal noch mit dem Sieger. Mohammed Trabelsi. Der will noch kurz eine Aufwartung machen beim gegnerischen Team. So viel Zeit wollen wir ihm geben. Zum Münchner Derbys, Mohammed, Momo Trabelsi. Momo, Glückwunsch erstmal zu einem wichtigen Sieg in einem sehr, sehr hitzigen, sehr, sehr hitzigen Kampf. Wie viele oder wie große Rolle haben diese ganzen Emotionen in diesem Duell gespielt? Ihr habt euch ja nicht viel Nettes zu sagen gehabt im Vorfeld dieses Duells. Da war eine ganze Menge Hitze, eine ganze Menge Animositäten drin. Erstmal vielen, vielen Dank für alle, die hier da waren. Ehrlich. Danke an jeden Einzelnen von euch. Ihr seid die Besten. Ich schwöre es, ihr seid die Besten. Vielen lieben Dank, dass ihr gekommen seid. Ich unterstütze bei allen. Egal, ob ich euch kenne oder nicht. Und ja, ich bin Profikämpfer. Dieses Conor McGregor-Style oder wie jeder große Klappe hatte, wenn ich es dahinter, jetzt habe ich bewiesen. Ich respektiere jeden einzelnen Gegner. Ich brauche niemanden zu schimpfen. Ich zerlege alle, wer im Käfig ist. Draußen ist eine andere Sache. Danke an allen. Euch noch einen wunderschönen Abend. Ich danke. Ja, kleiner Mic Drop Moment ohne Mikrofon für Mohamed Trabelsi. Der darf hier auch heute mit stolz geschwellter Brust rausgehen. Ganz klar, stabile Leistung, die er abgerufen hat. Und wir freuen uns auch noch viel mehr. Das ist Kampfsport. Der Kampf beginnt jetzt. Das ist Kampfsport. Das ist Kampfsport-Kanal. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, Action und um die Uhr. Die besten Fights aller Zeiten. Und aktuelle Top-Events live und exklusiv. Dein Zeugier ist Weltmeister. It's Showtime! Irgendwas verpasst? Runfighting. Das bedeutet auch Zugriff auf das größte Kampfsportarchiv Europas. Mit über 3.500 Videos, aktuelle Fights und legendäre Klassiker. Jede Zeit verfügbar. Im Web, Mobile oder im TV. Die MMA-Helden kommen in deine Stadt. Ich bin bereit. Erlebe Kampfsport auf höchstem Niveau. Und mach dich bereit für jede Menge Action und knallharte Fights. Ein Kampf ist ein Kampf. Da weiß man nie, was passiert. Bist du bereit für die German MMA Championship? Unglaublich! Diese Power! Wer den Cage betritt, hat nur noch ein Ziel vor Augen. Als Sieger nach Hause gehen. Am besten vorzeitig. Erlebe Deutschlands MMA-Elite bei GMC. Live auf runfighting.de This is our journey.